Herzlich Willkommen zu Hunt Showdown! Hallo! Mit dem nicht ganz klar detaillierten Skulldur in... Was hast du für einen hässlichen Arsch, Alter? Ey, du bist bei mir noch voll schwammig, Alter. Du hast noch... Okay. Sieht echt scheiße aus. Jetzt hab ich gedacht, du sagst sch-sch-schwarz! Du bist bei mir voll... Voll gewass! Nein, so. Das darf ich nicht sagen. Ach, jetzt hast du geladen. Ah, da ist gleich nicht neun. Ah, ja. Genau, und wir spielen wieder 1er Jäger. Ah, ja, genau. Stimmt. Da kennst du schon mittlerweile mit zu sagen. Weil wir haben's... Ja, verkackt. Aber nein, wir haben uns... Ich wollte mich grad wie ein Call of Duty hier und dann mit der Taste von der Maus hinter die Ecke gucken. Ah, geiße. Oh, shit. Nein! Was tust du? Ich hab Schalldämpfer. Ach so. Sag das was. Genau, also wir haben geplant, weil die aktuell haben wir ja ein Level 38er. Äh, spinne, oder? Mach mal spinne. Äh, ja. Obwohl wir im schlechten... Ja, spinne, ja. Also wir haben ja aktuellen Level 38er und jetzt wollen wir so 3, 4 Jäger so lange spielen, bis alle 4 sag ich mal Level 38 sind und dann weitermachen. So, haben wir das auch vor uns dann das Tisch 1 Level gemacht, bevor's rücksetzt worden ist. Okay, was? Und ach, ich weiß grad nicht, wo das läuft. Ja, da lang. Da? Da lang, ja. Da. Ja, ich komm grad mit der Steuerung nicht zurecht, weil ich grad noch vor zwei Sekunden Call of Duty gespielt hab. Und ich jetzt zum Beispiel rennen. Ich hab nur einmal auf die Tasse gezogen. Hä, warum rennt denn der nicht mal rum? Hä? Irgendwie muss der drauf bleiben. Ja. Bei Umschalt. Oh Gott. Bitte sag mir nicht, dass das oben auf dem Turm da wieder ist. Aber ich glaub, die haben diesen geändert. Äh, ist der rot? Äh, ja. Äh, ich hab ne Schrotflinde. Der... Nee, der brennt. Oh mein Gott. Lull. Lull. Nee, aber gut, dass du es vielleicht genau hin geschaut hast. Passt schon. Und weil das ist ja weiter unten, das hab ich jetzt. Oh Gott. Ich geh hoch, bleib du unten. Ja, also die Geschnickere von diesen Blutigeln haben sie echt deutlicher. Oh. Sie ist auch noch eine Spinne. Was die ist bei uns? Ja. Wir sollten aber vielleicht da hier lang gehen. Sollen wir da gleich kämpfen? Die Spinne ist relativ schnell gemacht, ne? Mh, nee. Die braucht doch eh auch richtig lang, oder? Was? Du... Nee, wo ist die denn hin? Hä, what the fuck? Hinter uns? Ich blicke grad nicht so durch, wo die Sensor... Halte. Das sind die Tür öffnen. Und ich weiß ein bisschen... Hast du die auch? Hast du mal mehr? Ach, da drin ist ein Säser da. Wo? Die müssten vorne sein, oder? Die sind größer am Gebäude. Ja. Noch näher, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hier, ich geh hier rein. Ich geh mal ein bisschen außen rum. Ich weiß nicht. Immer, wenn man es so schnell findet, weiß man nicht, ob man es jetzt direkt angreifen soll, oder warten, bis andere kommen und dann ein bisschen rücken fallen, oder? Aber ich habe eindeutig nicht die richtige Waffe dafür, eigentlich. Außer, die würden hier in das Haus kommen, dann wäre es natürlich richtig klar. Das ist ein fetter... Oh, Gott. Kommst du dir rein? Boah, bist du laut? Ja, ich musste da durchrennen, weil... Oh, da war auch ein Schuss. Ich wollte jetzt nicht allein da hinten im Haus rumrennen. Okay, das ist ein Schuss. Also das heißt, das ist eigentlich jemand. Aber wenn sie von... Sag mal 180 kommen, dann werden sie nicht in dieses Haus reingehen wahrscheinlich. Aber wenn du hier rausschaust, könntest du es eventuell sehen? Die Frage ist natürlich, ob du dann schießen solltest. Ja, das ist immer dann so eine Sache. Aber ich... Jawohl, aber hier könntest du vielleicht gut rausschneiben. Ja, den mal Schaden zu fügen, weil der es die... ... den Leben wegkommt. Dann sind sie von sichert oder so. Genau. Und dann könnten, wenn sie... Wenn sie angreifen, du mit der Struppe den letzten Rest geben. Ja. Weißt du mal, auch wenn du einmal nur triffst, die verwenden ja dann ihr Medic meistens. Und dann ist das schon mal weg. Können sie sich im Zweikampf nicht nochmal heilen. Wo ist jetzt eigentlich die Kackspinne eigentlich? Direkt vor uns sozusagen. Ich weiß nicht. Also 150 Grad, da habe ich sie gehört. In diesem größeren Gebäude. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die da angreifen sollen, ne? Ne, die Schüsse waren so nah und so laut. Ja, ich weiß nicht. Das tut manchmal... Ich glaube, das wäre... Das wäre schon hart. Also manchmal irrt das schon hart. Das könnte jetzt auch komplett woanders gewesen sein. Ja, ich sag mal, je nachdem muss jetzt die nächsten Hinweise finden. Und wenn sie dann direkt hierher kommen, wäre es natürlich blöd. Wenn sie wieder in eine andere Richtung gehen, ja. Ja, aber das wissen wir ja nicht. Ne, das wissen wir nicht. Oder kämpfen die schon gegen die Spinner? Ne. Ja, eher gegen den Schlechten. Kann sein, dass das bei der Alice Farm irgendwie ist. Gibt's hier ein... Aber nicht, dass das hier... Ne, ne, also die ist wirklich da drüben. Weil ganz ehrlich, also diesen Revolver mit dem Dauerschuss, den benutzt man doch nur... Gegen einen Boss, genau. Gegen einen Boss oder gegen andere Spieler. Also ich denk Alice Farm. Hi, das geht. Ich bin grad so unsicher. Also ich hätte... Die Schüsse. Ich bin grad nicht fast, dass der schlechte bei der Alice Farm ist. Das ist jetzt schon danach nachher. Da ist ein Monster. Okay, das ist nur ein Monster. Ich dachte jetzt schon, dass es da am Kopf von jemandem an ist. War jetzt schwer zu erkennen. Wir müssen wieder irgendwas machen, ganz ehrlich. Ja, das ist auch grad gar nicht hier. Ne, überhaupt nicht. Wir sind Stufe 1. Komm, fuck auf, dann kämpfe gegen die Spinne. Ja, gut. Komm, du hast Strohflinte, du kannst die Spinne relativ wegholzen. Ne, das ist halt... Die ist eher stärker gegen Schlichter. Soll ich die Laterne mit... Achso, ich kann sie nur benutzen. Oh ne, der scheiß Viech da jetzt. Ach, ne. Hier gibt's nen Keller. Die ist doch... Der fette Vieh... Der fette Vieh verfolgt... Ich komm nicht zu dir. Der versperrt grad den Weg. Loll. Ja, ja. Der kommt aber die Treppe nicht runter, Loll. Stimmt. Die Spinne ist wirklich unten, glaub ich. Oh, hier geht's auch noch runter. Ich hab einen anderen Weg gefunden. Ich weiß grad echt nicht, wo ich bin. Ja, geht's hier aber nur wieder hoch. Hi. Warte, ich bin bei dir unten. Ja, aber hier geht's irgendwie nur wieder hoch. Und so. Ey, ich sowas hasse ich, wenn du... Die Spinne nicht mehr findest. Ne. Boah, Alter. Die Schüsse, die sind doch... Nah. Hä, ich bin... Bin ich jetzt total bescheuert, Loll? Hä? 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 Oh, Alter. Fuck. Die ist unten. Also wenn du eh drückst, du siehst, dass die da unten ist. Hä? Ich raum das grad nicht. Oh, Mann. Boah, ich nervt jetzt. Ich seh das schon. Wir sch- dass wir wegen den Shit sterben, weil wir die Spinne nicht finden. Bin ich doof? Okay, wir gehen hier mal kurz rein. Gehen sie hier nach unten? Nein. Hä? Sind wir jetzt dumm? Ich glaub, das hatten wir auch noch nie. Das ist auch unser neuer Rekord. Die... Doch, sie muss irgendwo unten sein. Okay, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Mal raus. Ich muss noch mal raus. Ich muss noch mal raus. Ich muss noch aufpassen, dass du es mal zu wilde zu laufen. Ja, ich guck gerade ein bisschen nach draußen. So, jetzt noch mal hier runtergehen. Oh, jetzt hätten wir jetzt nicht durch dieses große Tor, oder? Ah, ja. Okay. Krass. Wo? Ja, wir sind ganz einfach vorbei. Komm doch mal runter. Wir sind einfach am großen fetten roten Tor einfach vorbegelaufen. Wo runter? Ja, da wo wir waren. Unten im Keller. Vom Haus. Ja. Ich bin da. Ich bin da. Ach, lol. Oh mein Gott. Okay, die Zuschauer werden uns jetzt auch für behindert erklären. Das haben sie, glaube ich, schon längst. Ich mag das gerne werfen können. Waaah. 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 Hey, gut. Aber hier unten ist das irgendwie. Ja, das. Oh, nein. Vergiftet natürlich. Ah, geht weg, geht weg, geht weg. Alter, wie aggressiv ist die Spinne denn? Seit wann ist sie so scheiße aggressiv? Die greift dich ja richtig an. Ja, ja. Holy moly. Selbst wenn du auf die schießt, die läuft nicht weg, ne? Die greift dich richtig an. Haben die die irgendwie... Ja, das ist gut. Das sind auch überall so... Ah, shit, 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 help me, help me, help me. Das sind auch überall so... Das sind auch überall so... Ähm... Fässern und sowas. Uuuuh. Komm, 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 spinne ihn. Komm zu mir. Aua, warum bin ich jetzt? Lol. Ja, ich lockste hin. Schieß drauf. Das dauert ein bisschen, bis das explodiert. Das musst du vorher draufschießen. Komm, 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 komm. Ja, das war ein schlechter. Wurste es erwischt? Ja. Hat funktioniert. Hast du gerade... Hab ich gerade die Türe gehört? Oder war das ein anderes Deutsch? Ich bin jetzt gerade... Das ist ein paar Runden... Uuuuh. Nol. Ich gehe so schnell, Leute. Au. Alter, die haut richtiges Leben raus weg, ne? Komm schon noch ins Feuer rein, ja? Die ist wieder ins Feuer gelaufen. Also wenn jetzt Spieler kommen wir nicht ins den Tod, ne? Weil ich mag auch irgendwie gerade nicht heilen, weil... Ja, ich habe einen Lebensbalken verloren. Du bist jetzt zwei. Weil die auch während schießen, die Löcke immer noch hinterher. Wow. Ah. Die haben sie geändert. Die haben sie... Die haben sie... Ja, ja. Die... Die lässt sich mal locker. Die läuft echt hinterher. Und die... Hüttet dich so lange. Wow. Also ich schieße auch noch das Ganze daneben. Na. Die Strukturende wäre aber echt wichtig, Alter. Ich schieße mal mit der Pistole bisschen. Oh. Lol. Okay. Warte. Ganz gut. Boah. 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 Wo ist die hin? Ich... Ich... Ich muss mich kurz... Hier hinten ist er. Ein Schuss noch! Ha. Ja. Gott sei Dank. Oh. Perfekt. Volles Leben. Gott sei Dank. So scheiße ist er wie ich mit Trumps geholt. Okay. Jetzt müssen wir bisschen aufpassen. Boah. Hier ist so dunkel ich. Ich sieht gar nichts. Sollen wir lieber zusammenbleiben oder... Weil letztes Mal hat das nicht so gut funktioniert mit dem Brennen die ganze Zeit. Ich bleib... Ne, ich bleib hier in dieser Ecke irgendwie. Lol, das wäre natürlich lustig, wenn sie hier direkt bei mir vorbeilaufen würden. Das wäre so geil. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie mich da sehen. Ich weiß ja nicht, wo die alle herkommen. Das ist dieses... Ich kenn die Höhle nicht. Null. Gar nicht. Oh, ich weiß gerade nicht, ob sie mich da sehen. Ah, ne, ich schau lieber so hin. Ach, die werden doch alle zuerst zum schlechter gegangen sein, oder? Keine Ahnung. Wo ist der? Der war nicht mal der bei der Alice Farm. Also die Schüsse waren doch so laut. Ich hab's dir gesagt, das kann echt täuschen. Krass. Ich gucke in diese Richtung und ich krieg gleich einen Headshot von links oder so. Bist du gerade gesprungen? Ja, das... Ne. Das wir jetzt so da rumgemacht haben, hat uns echt kostbare Zeit gekostet. Ja, ja. Heftig. Heftig viel Zeit hat das gekostet. Aber gut, dass ich den Eingang nicht gefunden hab, da kann ich auch nix dafür. So ne riesige, fette rote Tür. Irgendwie hab ich gedacht, du bist irgendwie rausgekommen und hast wieder zugemacht oder sowas. Ich hab die... Keine Ahnung, ich hab die gar nicht gesehen gehabt. Oder nicht wahrgenommen. Aber vielleicht haben wir Glück und die finden den Eingang auch nicht. Es gibt ja noch irgendwo andere Eingänge. Ja. Das ist aber auch so dunkel hier drin und du willst nach hinten. Ich hab... Ich... Ich seh gar nichts. Das ist einfach nur grau da hinten. Ja, ist echt dunkel. Ja. Bei mir geht's aber grad noch hier. Bisschen nebelig, glaub ich? Ja, das mit neblig meine ich ja. Nicht dunkel, sondern eher neblig. Das ist so, ich seh hinten grad noch so ein Umriss von irgendeinem Stein oder so und... Aber ich seh keine Tür, keinen Gang, gar nichts. Also die kommen wirklich aus dem Nebel dann raus, wenn die dort rauskommen, wo ich hinziele. Ja, dann sind es noch so Level 3 Jäger oder sowas. Ganz dumm angezogen. Die anderen kämpfen anscheinend. Das ist ein gutes Zeit. Oh, Jäger! Hilf mir! Ich hol deines Kopfgeld gleich. Hab ein Headshot gegeben! Ja, einer ist tot, sehr gut. Halt durch. Ich seh den anderen. Der ist bei mir. Direkt hier. Hab ihn getroffen. Helf mir! Hab ihn! Ja! Schön. Warte, ich schau nochmal kurz. Ja. Ich seh nichts. Oh, nimm die Beute! Das geht nicht! Ah, danke. Oh. Oh, ich hab so schön den... Ich hab so schön den anderen Headshot verpassen können. Weil der stand da hinten ganz geschmeidig. Und hat die ganze Zeit in deine Richtung gezielt. Hat sich aber nicht bewegt. Ja, ich hab ihn angeschossen. Hat er ein bisschen weggeschaut wahrscheinlich. War geil. Ich hab's richtig schön auf den Kopf ziehen. So, hab ich gleich mal die bessere Waffe genommen von dem Typen. Ist sehr gut. Okay, jetzt weg hier, oder? Wo ist der Ausgang? Bei uns wär sogar ein Ausgang. Wo ist hier überhaupt der Ausgang von der Höhle? Oh, der hat der Label! Ich nehm die Label. Geil, Alter! Alter, jetzt hab ich so ne Level 80 Waffe. Oh, der hat fast keine Hand mehr. Kannst ja dann kaufen. Okay, die anderen sind raus. Am besten wär's, wenn wir jetzt auch rausgehen. Direkt rechts. Oh, da hast du die! Alter, jetzt hab ich ne richtig... Sollen wir uns beeilen, oder? Guckst du mal? Guckst du mal? Ja, Moment. Ich seh nichts. Gut, dann gehen wir da runter, oder? Direkt. Ja. Ach shit. Ja gut, hier kann man vielleicht durchspringen. Toll. Hallo. Oh nein. Aber ich glaube, einer hatte Fächern drin, oder? Ja, ja. Ich schieße. Oh shit! Du Schrotflinte, bitte! Ich hab die Label! Oh, Gott sei Dank. Ich muss mich kurz halten. Oh, du bremst? Ja, der hat mich erwischt. Ich bin hier direkt aus dem Busch raus. Aber ich bin den Fächern ganz gut ausgewichen, das war das Ding. Ja, Moment, hinter uns. Obwohl der Fächern ist gar nicht. Warte ich schon mal kurz. Ah, okay. Ich hab nichts gesehen und hab keine Schattensicht mehr. Ich hab noch vier. Oh, auf der Straße ist er rumlaufen. Puh. Ich weiß, ich hoffe, du weißt, wo du hinlaufen. Gar nicht, ne. Ne, sieht aber ganz gut aus. Links eher halten, ne. Da hinten ist das Boot. Ich schau noch mal. André! Wer ist das? Ne, ne. Oh Gott. Das war jetzt ekelhaft. Dieses Licht von dem Boot reflektiert im Wasser. Und das ist dann, wenn du die Schattensicht machst, ist das orange. Boah, war das jetzt ekelhaft, Alter. Stirb! Oh, ich hab irgendwelche Errungenschaften falsch geschalten. Ganz merkwürdig. Das ist schön. Ah, so muss das, ja. So muss das, ja. Genau. Oh, jetzt hab ich noch zwei geile Waffen mitgenommen. Perfekt. Jetzt müsste ich nur noch Fächern haben, dann wär's am besten noch. Dann wär's eh wirklich optimös, ja. Oh, der Hedger, der war ein Traum. Ja. Und dann wollte er nämlich pushen mit den Fächern und dann hab ich den einmal erwischt. Und beim zweiten Mal hab ich leider daneben geschossen. Aber er hat komplett daneben geschossen. Komplette Fächern hat er verkackt. Und ich hab halt gehofft, dass du dann gleich daherkommst, wenn ein Schroffblinter und ihn wegballerst. Ja. So war's ja dann auch. Na, Gott sei Dank, Alter. Weil ich dann einmal, zweimal daneben geschossen hab. Aber es war echt knapp, weil du warst eigentlich direkt vor mir gestanden, ne. Die Chance, dass ich dich getroffen hätte. Boah, das wär's, das wär so hart gewesen. Weil das war knapp, das war knapp, muss ich sagen. Ich hab gedacht, ich hab dich gekillt erst. Ich wollte schon scheiße schreiben. Das wär echt hart gewesen. Ach, sehr schön. Komm schon, mehr Punkte. Ich will mehr. Noch mehr. 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 Noch mehr. Ach komm schon. Noch 15 geht noch. Ach, scheiße. Nicht perfekt. Oh, auch gut Level dafür. Gut. Gelevelt. Oh, die Erstickungsbombe kriegt man relativ früh. Ah. Sehr schön. Aber cool. Crutslam. Weiter. Getötete Jäger. Zwei. Irgendeine Pistole mit einem Scharfschützenvisier. Wer braucht sowas? Ja, das könnte man uns echt sparen. Ja. Vor allem wenn's dann dieses richtig tolle Visier ist. Also wo man den Ultratunnelblick hat. Ja. Ich hatte eigentlich, diese Höhle war zwar scheiße eigentlich prinzipiell, aber wir hatten einen richtig guten Platz, wo die Beute gelegen ist. Also ich hatte allgemein einen relativ guten Platz. Weil auch als du dann an der Ecke war, wo die Beute war, wusste ich, dass sie nicht hinter mir kommen können. Und das, also das war wirklich die, wir haben uns beide gegenseitig abgesichert. Ja. Wir haben uns gegenseitig abgesichert. Ja. Also zum Verteidigen war's grad richtig gut unten. Also. Nein oder so. Irgendwie schon, ja. Wieso hab ich jetzt die Musa Nagant eigentlich? Hatte ich die die ganze Zeit schon, ey? Ich weiß nicht. Hast du die vielleicht vorhin aufgenommen? Aber ich glaube ich hab grad irgendwie gewechselt. Unbewusst. Fast. Jetzt hast du sogar noch ein Ding drauf. Ein Bajonett. Ja. Gut. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt mit Kammerverschluss... Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, äh... Hm. Gut. Muss ich ausprobieren. Aber ich möchte jetzt unbedingt noch so eine Gegengiftspritze haben. Die vermisse ich noch ein bisschen. Ja, warte, warte. Ich dachte mir, mehr andere Jäger haben wir eigentlich. Das ist so Level 3 Jäger. Die wären mir ganz wichtig. Oh, aber das dauert, glaub ich. Das dauert noch. Oh, ja. Ja, schade, ey. Blutlevel... Level 6... Äh, 67. Was? Blutlevel 67? Ach du Scheiße. Ja. Und Stufe 2? 34. Ja, das dauert wirklich noch. Aber ab Stufe... Moment, sind wir grad 11? Ja, da können wir noch 11. Ja, gut. Das dauert. Ja, na gut. Ja, eigentlich, ja. Ich bedanke mich einfach mal fürs Zuschauen und, äh... Tschaui.